Hallo, ich bin die Sigrid. Ich bin von Saloum. Ich bin 16 Jahre alt und ich bin seit früher bei einem To-Do-Projekt dabei. Ich hilfe im Museum und InfoPoint in Saloum mit. Ich komme jeden Tag zum Museum und sperre auf, schaue, dass alles in Ordnung ist. Das heisst Kera-Wien und viele Broschüren nachfüllen. Untertags empfange ich die Besucher und erkläre ihnen ein Museum und bei Fragen hilfe ihnen gerne weiter. Ich habe die Punkte bekommen, dass man immer einen Gutschein holen, um in Kalt an Frühstücken zu gehen.